Ich meine, ich kann ja die Katze aus dem Sack lassen. Ich weiß, wie es lausgeht. Aber ihr nicht. Aber das seht ihr gleich. Guten Tag, meine lieben Leute. Hier ist der Gusua. Er spricht wieder sehr schnell, weil er nicht die Fidel Zeit hat. Ja, doch. Natürlich habe ich Zeit. Ich wollte nur schnell quatschen. Und zwar kommen wir gleich am Anfang zu einer Sache, die ich ziemlich geil finde. Der Daniel hat mir wieder neue Bilder geschickt, die er von der Bogey Queen gemacht hat. Und auch die Hexe hat er sich mal vorgenommen. Also ich würde mal sagen, das ist ein Applaus wert. Da kann ruhig mal geklatscht werden, würde die Frau Merkel sagen. Ja, also wirklich richtig geil. Und ja, sieht einfach total kurios und geil aus. Muss ich sagen. Und das ist das, was es ja ausmacht. Richtig cool. Thanks to Daniel. Geiles Ding. Und jetzt gucken wir uns hier mal einen Angriff an. Ich weiß nicht. Er heißt P-Lennart, denke ich mal. P-Lennart macht, glaube ich, nämlich keinen Sinn. Und er hat gute Truppen für die Base mit bei, würde ich sagen. Da kann er schön nutzen, dass der halt, naja, was heißt inaktiv? Ich meine, ja, inaktiv schon irgendwo, aber irgendwo auch nicht. Weil er ja die Lager voll hat, soweit, beziehungsweise relativ viel drin hat, muss man natürlich gucken, wie man dann in die Base noch reinkommt. Und ich bin ganz gespannt. Er hat nur eine 15er Queen, sage ich jetzt mal ganz frech. Genau, links ist da. Genau, da ist noch ein Miene. Genau, einwandfrei auf jeden Fall. So, jetzt wird's knapp. So, wir haben Mauerbrecher. Die sind da reingegangen. Wir haben noch zwei Earthquake Spells. Und jetzt gucken wir mal, was hier geht. Ich weiß nicht, was er in der CB hat. Ob er vielleicht Heiler drin hat und einen Queenwalk vollführt. Man weiß ja nie. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was er hier noch reißen kann. Also, ich sag mal, die Zeit sagt ja vieles. Glaube ich, seht ihr auch. Aber truppentechnisch ist nicht mehr so viel da. Ich meine, ich kann ja die Katze aus dem Sack lassen. Ich weiß, wie es losgeht. Aber ihr nicht. Aber das seht ihr gleich. So, also er hat Valkyren am Start. Und er hat Magier in der CB gehabt. Die splashen jetzt hier richtig hart. So, jetzt kommen beide Sammler. Also beide Bohrer. Richtig geiler Shit. Aber wir haben immer noch Dunkles. Und ihr könnt gerne nochmal 30 Sekunden zurückspulen. Da denkt ihr euch, what the fuck? Okay. Äh, hm. Und so weit hätte man ja nie gedacht, dass er kommt, sag ich jetzt mal, mit den Truppen. Jetzt kommen Mauerbrecher. Aber klar, die schaffen es da nicht durch. Bäm, Junge. Geiles Ding. Nochmal schön mit der Queen durchgezogen. Cooles Ding. Auf jeden Fall. Also, hättest du den King sogar noch dabei gehabt, wäre das nochmal richtig, richtig nice abgerockt. Aber so ist es halt. Und die Mauerbrecher eventuell halt ein bisschen länger laufen, also ein bisschen später halt laufen lassen. Dann wären die nicht der Tesla zum Opfer gefallen. Aber so ist das halt. Leute, der Loot war geil. Was soll man dazu sagen? Und dann haben wir hier einen Angriff vom Cody. Ich würde mal sagen, der hat ordentlich, ordentlich Valkyren rausgehauen. 22 Stück. Eventuell sogar noch was in der CB. Mal gucken. Why? Ich würde jetzt mal so knapp sagen, das war ungewollt mit den Mauerbrechern. Das war definitiv ungewollt. Und da... Schön. Schade, schade jetzt. Dadurch, dass die halt schneller sind als der Golem. Ist das natürlich kaka. Weil der Golem rennt nur hinterher. Hier hat er jetzt wieder eine Funktion. Das ist natürlich geil, dass der X-Bow halt sagt, gut, okay, komm, hier, pass auf. Ich probiere dich hier zu killen. Und der Golem. Da habt ihr das gesehen. Nochmal bei der Explosion hat er den X-Bow richtig schön nochmal eine reingegeben. Läuft auf jeden Fall hier. Ja, und du siehst ja selber, Cody, der 18er King ist schon besser als ein 10er, wa? Wir haben mega viele Valkyren noch. Rage rein. Ja, oder... Ja, klar, okay, oder danach. Aber bevor die sich halt so Ewigkeiten auf dieser oder vor dieser Mauer aufhalten, Rage rein und fertig ist. Ganz genau. Und jetzt hier noch die Armeelager schnell. Schaffst du das zeitlich? Alter, damn close. Aber ja, 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 ja. Zack. Bäm. Geiles Ding auf jeden Fall. Cool. Vom Loot her okay. Aber ihr wisst selber, es gibt natürlich ein bisschen was an Bonus. Und guckt es euch bitte an. 45 Pokis. Das ist natürlich da richtig, richtig geil. Damit kann man richtig was reißen. Ja, und ich habe mir jetzt einfach nochmal ganz sneaky einen inaktiven Gegner gezogen. Und ich habe gerade nochmal beim Video vom Lars vorbeigeguckt, beim Zuschauer-LP. Und er sagte, ja, Loot, Loot, Loot ist einfach nur so gut, 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 wegen der EM. Und ja, da könnte er eventuell leicht recht haben. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber dachte mir, ja, das stimmt allerdings. Ich meine, wie gesagt, bei den EM oder WM-Spielen, je nachdem, vollkommen egal, was es ist, Fußball, ist immer gut, wenn ihr eine eBay-Auktion am Start habt, beziehungsweise ihr selber etwas bei eBay bieten möchtet. Dann seid ihr zu dieser Zeit richtig gut willkommen auf eBay, weil ihr da einen richtig schönen Schnapper machen könnt. Und genauso kann man natürlich auch ordentlich Loot einsammeln, wenn man COC spielen möchte. Also von daher, nutzt die Zeit und fertig. Klar, jetzt werden natürlich wieder viele sagen, oh ja, warum erzählst du das? Denn macht das ja jeder und dann ist das ja total doof. Ja und, ich mache das, weil ich es kann, Junge. So, ganz einfach. Und dann ist das ziemlich geil. Jetzt wird nochmal der Account geswitcht. Und dann sind wir wieder bei meinem Main-Account. Sehr geiles Ding. Ich gucke mal gerade, yo, CB ist einwandfrei. Oh, ich bin ein Sternchen vor dem nächsten, ja, Loot-Bonus, Beute-Bonus, Liga-Bonus, wie auch immer. Das wäre ja auch geil. Hier, er hat doch auch verloren. Jetzt gucken wir mal, ob er eventuell Teslas am Start hat. Könnte natürlich sein. Jo, er hat Teslas da und das ist natürlich die Möglichkeit für ihn, sich wieder bei mir in einer neuen Runde, fuck you, zu bewerben. Er hat es hinbekommen und wird natürlich dann umso mehr gebumst. Gucken wir mal, was wir hier machen. Ich werde die trotzdem nur in dem Bereich setzen, auch wenn ich da, ja, bogey-technisch jetzt natürlich wieder jede Menge waste. Aber ich kann... Nein, nein, das war ein Fehler. Ah. Ich hätte gedacht, er hätte noch mehr Teslas am Start. Und wollte deswegen nicht so dicht ans Rathaus ranrennen. Jo, mein Schweinchen! Das läuft doch. Das ist cool. Und zwar würde ich ihm gerne noch ganz, ganz easy peasy eigentlich alles. Er wisst ihr was? Der hat mich angefuckt mit der... Ich meine, es war nur die eine Tesla. da sind wir ehrlich, so viel war es nicht, aber egal, der Guzo ist jetzt schon mal da, dann können wir natürlich auch sagen, okay, wir sind dabei. Wir sind ganz exklusiv dabei und wollen da rein. Ganz genau, da rein möchten wir. Und wir gehen da auch definitiv rein und wir fragen ihn da auch nicht nochmal um Erlaubnis, wir hauen die paar Trüppchen noch raus, da haue ich jetzt auch einen Rage drauf, ist mir vollkommen Banane und den anderen Earthquake, den können wir uns ein bisschen schenken, würde ich sagen. Aber Queen regelt richtig nice, auf jeden Fall. Und ich bin auch so ein bisschen auf sie angewiesen, weil ich hoffe, dass die mir nämlich ganz hier easy peasy hier, genau das sollst du holen, das, richtig, ganz genau, das solltest du holen. Und darum ging es mir in diesem Angriff, dass halt wirklich das Dunkle weggenommen wird, weil er hatte da eine Tesla zu stehen, tut mir leid, dann ist das halt einfach so. Mal gucken, was er noch in dem Bohrer, der ist eh nicht gemaxt, da kann nicht so viel drin sein. Aber immerhin, immerhin hat es sich gelohnt, was man hat, das soll man sich auch nehmen. Und dann passt das hier, ach kommt Leute, hier, ich wollte schon sagen, hat er den auf Single oder was ist mit ihm kaputt? Nein, das passt, das ist in Ordnung. Achso, ansonsten, für diejenigen, die es eventuell nicht so genau wissen, die noch, ja, einfach mit Tau 910 nicht so viel zu tun hatten, das ist ja nicht so, hier, was bist du für ein Lappen oder sowas, weil du dich nicht auskennst mit einem Inferno oder sowas. Nein, das ist ja ganz gechillt und zwar, wenn der hier in diesem, ist das ein Oktaeda? Naja, auf jeden Fall in diesem leicht kubischen Form, in dieser kubischen Form halt eben so mehrere Ecken hat, 1, 2, 3, 4, 5, so ein Fünfeck, dann ist der auf Multi und wenn der halt nur so einen Ring drum hat, dann ist der auf Single. Und zwar nicht in der Partnerbörse, sondern der geht dann mal richtig schön da drauf, auf den King auch oder auf den Golem und dann ist mit dem absolut gar nichts zu spaßen. Also das ist dann echt eine Sache, hm, nicht so toll. So, hat heute, nee, ich, glaub mir, Nova, das wirst du wohl bei mir nicht sehen. Das wirst du bei mir nicht sehen, weil ich, wie gesagt, wirklich, ich sag das einfach wirklich immer, immer wieder super, super gerne auch, weil ich da, ja, das ist eine Sache, da bin ich der Meinung, darf man gerne stolz drauf sein. Ich habe noch nie Drogen in irgendeiner Form genommen. Ich meine, ihr seht nicht, wie hart ich drauf bin, wenn ich noch Drogen nehmen würde. Junge! Nein, das würde ja gar nicht gehen. Nein, also von daher, ähm, ist wirklich immer wieder diese Aussage, die ich immer wieder tätigen darf und mache und wie auch immer. Fangt mit so einer Scheiße auch gar nicht erst an. Wirklich. Und wie gesagt, auch nicht so eine Storys von wegen, naja, ich habe ja mal probiert und wie auch immer. Warum denn? Ihr seid auch, wenn, ich sage jetzt mal, du bist zehn Jahre alt. So. Und irgendeiner sagt dir in zwei, drei, fünf Jahren, hey, yo, ich habe hier was dabei. Wollen wir mal was durchziehen? Dann sagst du einfach, nein. Ganz einfach. Also es ist meine Meinung, also da ist man auch nicht irgendwie, ähm, ja, ein Verlierer oder was auch, Klotz, ein Verlierer oder sowas. Also das ist eine Sache. Wirklich, da zeigt ihr halt einfach, dass ihr, oh, jetzt habe ich den Falschen. Gucken wir mal, ob, ob hier Mürsat. Ne, wäre auch so nicht gewesen. Aber da zeigt ihr nicht irgendwie, oh ja, hier, ich bin ja total die Pfeife oder sowas. Sondern da zeigt ihr effektiv wirklich nur Stärke. Also und wenn die auch ein bisschen rummaulen und sagen, oh, hier, warum nicht, warum nicht. Wie gesagt, spätestens wenn das erste Mal die Police am Klopfen on the door ist, äh, dazu muss es ja auch nicht mal kommen. Aber ich meine, hey, äh, da gibt es auch irgendwie Langzeitwirkungen und wie auch immer. Das muss einfach nicht sein. Also egal bei welchen Drogen. Zumal es auch jede Menge Kohle kostet, meiner Meinung nach. Also da bin ich der Meinung, das sollte halt nicht sein. So, jetzt genug gelabert hier von Drogen und Drugs und wie auch immer. Ja, das war es dann auch schon wieder bei der Folge. Folge, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ihr werdet es eventuell gestern mitbekommen haben. Und ja, hoffentlich auch heute. Ich habe mich wieder, ich habe das ja immer wieder mal gesagt. Also ich erwische mich halt einfach wirklich immer wieder dabei, dass ich halt die Folgen aufnehme. Fertig, gleich wieder weitermache, wieder aufnehme, fertig, aufnehme und so weiter und so fort. Und dann irgendwann um, was weiß ich, 23 Uhr sitze ich halt da und fange dann an zu schneiden. Und dann ist es halt einfach wirklich so, dass dieser Lustlevel nicht mehr so hoch ist. Und dass man dann halt wirklich sagt, na gut, okay, komm, schnell, schnell, schnell. Und ein Pfeil musst du da jetzt nicht unbedingt einfügen. Und ich probiere es halt einfach wirklich so, dass ich wieder so sage, gut, okay. Auch wenn vielleicht nicht jeden Tag ein Video kommt, aber das Video, was dann kommt, ist dann schon mal ein bisschen besser. Also, dass es nicht so dieses zack, 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 schnell, schnell, schnell ist. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und es gefällt euch. Das war es von mir. Ihr haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.